so dann weiter im text wir sind also jetzt hier in dieser in dieser wohnung zimmer wohnung wohnung zimmer also zumindest irgendwo wo da eine falle ausgelegt ist ich habe keine ahnung was damit bezweckt werden sollte aber ist vielleicht auch nicht gerade unbedingt beste zu wissen ich weiß es noch nicht aus schön haben uns durchgehackt mit der haxt wer bist du hallo ich bring dich um wo ist sie ich hab schon gesagt sie ist gut wer bist du eigentlich und du hast einen Arm verbreitet geh da oben ok lass mich raus wer ist da oben? Das ist gleich. Hau die Hacke den im Kopf. Ach komm, krieg den mit Indes. Was ist denn jetzt nur dein Problem, du Freak? Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich weiß nichts über dich. Du wirst nicht. Menschen wie du nicht. Du wirst nicht. Jetzt denkst du. Wer würde das rausgehen? Ein paar Wochen zurück, es könnte eine Station Wagen sein in der Küche, vollen von verschiedenen Arten, Wasser, Dinge, die du brauchst, um zu überleben. Ja. Ich bin kein Cannibal, ein Körner, in den Räumen, ein Biller. Biller. Ich bin nur ein... Vater. Ich treffe Little League. Alles war nur für das Gelegenheit. Wir haben sterben. Für das Gelegenheit? Weißt du, was du von mir genommen hast? Nee. Tut mich nicht. Fang nicht damit ein. Wer hat sie uns genommen, halt. Ich habe sie nicht von dir genommen. Ich habe sie nicht von dir genommen. Ich habe sie von dir genommen. Du verstehst das nicht? Nee. Ja. Ja. Ja, natürlich. Wer? Meine Frau. Clementine. Penn. Meine Frau. Clementine. Eine Frau misset ihre Eltern. Ich bin nicht sie. Adam. Ich habe ihr so weh getan. Adam. Adam. Ich habe ihn zu schrauben, obwohl meine Frau sagte, er war zu jung. Ich habe gedacht, er hätte das nicht mehr. Ich kam zurück ohne ihn und der Gesicht auf ihr Gesicht sagte, du bist ein Monster. Ben, Ben, Ben. Adam. Wer ist Adam? Wir haben alle zu schauen, ihn zu sehen. Wir haben ihn nie gefunden. Ich habe ihn so schlecht gefunden. Was kann ich jetzt dafür? Dann hast du alle unsere Dinge und uns verbraten. Ich hätte sie ihre Vertrauen bekommen, aber nicht nach dem. Was willst du denn von mir? Alter. Was? Was? Es ist nicht meine Schuld. Amriere. Und sie verbringt mich. Amriere. Die Nachrichten sollen sie immer Schließlich unsere Tochter Elisabeth nahmen und ... Okay. Sie müssen weit weg. Ich fand sie ... ... nur ein Tag später ... ... auf der Straße. Guck mir mit einem Monster. Aha ... Ein bisschen ... ... schon ... ... wie wir alle ... Das kleine Mädchen hier, ekelerregendes, was auch immer, bestes getan. Was ist das? Du hast sofort zurückgelassen. Da. Das war mein Junge. Du hast das von uns gebrochen. Wir waren was? Wir waren froh und es war kalt. Wir sterben. Es war kalt. Also meine Familie sterben in der Kalt. Deine Familie wurde tot. Wie konnte du all das wissen? Jetzt kommt's. Du bist ein Monster. Du bist ein Mörderer. Und ein Thief. Und ich werde dich so schlecht verletzen. Okay. Gib mir einfach Clementine zurück. Gib mir Clementine zurück. Ich würde lieber sie selbst töten. Denn das wird passieren, wenn sie mit dir geht. Okay. Nachdem ich Clementine auf der Radio hörte und wusste, wer du Leute waren, kam ich nach dir nur für Revenge. Aber je mehr ich hörte über die Dinge, die du getan hast, und die gefährlich sind, dass unser Plan verändert hat. Leed, hör auf mich. Ich brauche, dass du das hörst, bevor was nächstes passiert ist. Ich kann sie sich anziehen. Wir können eine Familie haben. Mal wie alt sie ist. Mal wie alt sie ist. Sie ist 8. Wrong. Sie ist 9. Aber... Ihr Geburtstag war 6 Tage vor. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön. Gut zu wissen. Okay. Du bist ja verrückt. Das ist nicht passiert. Du bist verrückt. Du hältst sie mit dir, ist verrückt. Was? Sie bei dir zu überhalten, ist verrückt. Ne, ne, ne. Was? Nur meine Leiche, ich wurde gebissen und du wirst auch gebissen hören. Du musst mich töten. Ja. Ich weiß. Ja, ich weiß. Und nur? Hey, Honey. Ich denke, das wird alles funktionieren. Was hast du? Ich bin auch glücklich. Was der fuck? Ich wünschte, dass du so schlecht hättest, aber... Ah. Deswegen. Du brauchst gut, alles hinzulegen. Aha. Falsch gemacht. Oh, nein, nein. Falsche Tasse gedrückt. Es wurde nicht hängen. Ah. 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 Schön die Clementine was schmodiert. Ah. Was zur Hölle ist da drin? Und diesen Schrank drin eigentlich. Oh, Mann. Ah. Ah. Das ist schwierig mit Inneren. Ah. 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 nimmst du mir nicht noch mal Clementine weg. Ich sag dir's. Was geht's los? Selber Bitch. Tja, leg dich nicht mit meiner Clementine an. Zum zweiten Mal hat sie mir das Leben gerettet. Tja, das Schießtraining war schon nicht schlecht. Ei, ei, was? Ich seh alles richtig scheiße. We'll talk about it somewhere safe. Ah, besser ist. You don't smell good. Yeah, no. Was hat dir weh getan? Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. Na, ich wurde dafür gebissen. Ich gebe ein Problem. And then we have to talk. Okay? Yeah. Everything's okay now. Well, we need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Bämtouk. Und? Willst du schon sagen wir noch drin? Hey. You pulled the trigger. I... I know. I wish you never had to learn that. Me too. Oh. Okay. Nichtsdestotrotz können wir zum Beispiel den Kunden angucken, ob der noch irgendwas braucht, was hat. Es ist zu schade um ihn, wie gesagt. Hat viel durchgemacht. Mehr oder weniger mit unserer Schuld, aber... Das ist kein Grund, uns anzugreifen. So, ich will mal gucken, wie es hier hinter Klän geht. Durch die Tür. Ich guck mal, wer da gequatscht hat hier drinnen. Jesus. Don't look in there. No. I know. Hat der da... Hat... Hat der einen Tommy-Kopf da drinnen in der Tasche? Alter, wie krass ist der denn drauf? was ansehen fremder nähe also licht ohne stuhl wir machen mal die tür auf gucken ob da was drin ist ja ich weiß dass es da raus geht ich will aber hier raus aber wisst du dass da nichts drin ist gut dann halt nicht da lang habe ich so verstanden ich dachte mir gehen wir da lang aber naja gut dann nicht so mal gucken wenn das kleine horde zombies uns entgegen kommt durch den schuss ok okay es hat dich nicht befreundet ja ich weiß es muss du bist in all diese grossen Sachen Ah! Hallo? Die Kleine sich mit den ganzen Schmutter einschmieren oder was? Halt die Nase zu! Na gut, dann wollen wir noch mal ein bisschen zitieren. Oh, yes! Toll, lecker! Immer schön tief reingreifen und die Kleine voll schmieren. Ich denke, das wären hier Weihnachtsschlangen oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das eklig ist. Das schöne Klamotten. Wir werden dich so schnell geschnitten, wie wir es können. Nicht so schnell genug. Sei froh, du hast das ganze Zeug nicht ins Gesicht. Oh, no! 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 Ich hoffe mal, dass es daran liegt und nicht daran liegt, weil ich gebissen worden bin. Ich dachte, du bist Gott. Danke! Tja, wir sind viel in der Familie, auch wenn wir es nie werden, äh, nie werden. Oh, keine Panik auf Titanic. Wasser ist ja alle da. Oh! Toll! Und das klingt irgendwie nach Regen. Okay. Also ich würde jetzt ins Auto steigen. Alter! Du bist ja noch vor der Kamera langlaufen. Das ist ja richtig pervers gemacht. Ah, hör mal. Freischwimmen unter Luft. Guck meiner Tochter nicht in. Na ja. Ich sag dir, was du könnte. Die ist gerade durch den durchgelaufen. Vielleicht hier ist jetzt aber durch noch Regen aus. Ich hab die. da irgendwie eine schlechte Befürchtung, dass man kurz vor der Angst noch anfängt zu pissen. Ja, wie Sau. Na, dann wollen wir mal, ob es da vorbei ist. Das sind ja nette Menschen. Guck dir diese Freischwimmer an. Ich glaube, sie hat gerade Kenny gesehen. Ich ahne gerade, das sind ihre Eltern. Ich bin nicht mehr letzte F засchenen. Oh! Ich trage dich nicht. Ich Hähneenschen!